Moin, das war ich. Ich bin Marcel Cordes und ich habe im August meine Ausbildung als Fachkraft für Lage-Logistik hier bei Hille angefangen. Zu den Aufgaben der Fachkraft für Lage-Logistik gehören unter anderem das Be- und Entladen von LKWs sowie das Kontrollieren der Ware und das reibungslose Einlagern in den jeweiligen Stellplätzen. Ich habe meine Ausbildung bei der Firma Hille begonnen, weil ich durch ein Praktikum schon vorher lernen konnte, wie hier die Arbeitsabläufe sind und ich noch weiter sehen konnte, dass die Mitarbeiter hier alle locker drauf sind und dass man trotz schwerer Arbeit man immer noch Spaß haben kann. Ich arbeite jetzt circa ein halbes Jahr bei Hille, aber ich konnte in der kurzen Zeit schon vieles Neues dazu lernen, wie zum Beispiel der richtige Umgang mit schweren Fahrzeugen wie zum Beispiel Frontstaplern und noch darüber hinaus werde ich immer in neuen Bereichen eingesetzt, wodurch die Arbeit hier nie langweilig wird.